So, weiter geht's. Hast du die einen schon wieder geschaukelt? Hast du gesehen, wie groß der war? Schick mir mal bitte alle Fotos und ich schick dir auch die Videos. Guck mal, der kommt jetzt. Der wollte ihm den Fisch klauen. Mann, halt doch mal still. Oh nein, wir sind jetzt weg. Der wollte ihm echt den Fisch klauen, wie geil.